Das Lieblingskind der Börsianer, naja, sagen wir mal zumindest der Deutschen oder der Europäer und der Käufer in der Vergangenheit, hat offensichtlich einen Knacks erhalten. Zumindest mal einen kleinen. Noch ist nicht wirklich Drama angesagt. Ich habe zwar hier eine Zeichnung, ich habe bewusst mal die von gestern drin gelassen, einfach nochmal so als Erinnerung, wo das ungefähr hinführen kann. Der DAX hätte beste Chancen, hier noch deutlich nach unten zu gehen. Und das meine ich nicht im Bösen, das meine ich auch nicht im Dramamodus, sondern in einer ganz normalen, ganz typischen, völlig unauffälligen Korrektur. Korrektiv ist der Markt nach unten gegangen. Wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart daran, dass diese Gegenbewegungen ständig da sind und relativ steil, cool, das zeigt, dass der Markt noch nicht völlig aufgegeben hat und überschneidend ist. Das ist ein ganz klassisches Zeichen, dass das eine Korrektur ist. Wenn ich ehrlich bin, dieses Bild fände ich super, aber auf der anderen Seite, und wir sollen ja immer ehrlich zueinander sein, bin ich noch nicht so richtig überzeugt, dass jetzt schon von diesem Hoch ausgehend das kommt. Das kann doch passieren, aber wenn er schon so mühsam anfängt, kommt er da wirklich bis dahin? Gut, es kann natürlich sein, Stichwort Leading Diagonal, dass der Kurs erstmal ganz suche anfängt, dann anschließend so ein bisschen hoch geht und danach ein bisschen noch ins Laufen dann kommt. Also irgendwie sowas in dieser Art, dann hätten wir den ersten Fünfweller, der reicht dann vielleicht, naja, ich habe ihn vielleicht ein bisschen zu groß gemacht, vielleicht reicht es nicht ganz so weit bis dahin, dann kommt er ein bisschen hoch und danach runter. Das wäre ja durchaus denkbar. Also, es kann sein, es deutet sich zumindest mal an, dass der ungebrochene Wille nach oben ein bisschen in der Pause jetzt aktuell ist, denn die Marktteilnehmer scheinen sich zumindest mal nicht ganz so sehr mehr darauf verlassen zu wollen, dass es nur nach oben geht, sonst hätten sie hier das nicht nach unten zugelassen, sondern sofort nachgekauft, wenn es auch nur einen Cent günstiger wird. Diese Korrektur ist jetzt allerdings von der Größe noch nicht eben ausreichend, um dieses hier zu kompensieren, sage ich jetzt mal, wenn ich mir angucke, wie groß der Rücksetzer ist, man kann das so ein bisschen orientierungsmäßig, wie groß war denn der Rücksetzer? Okay, der, okay, das ist noch weniger gewesen, wie viel war der? Okay, das war ungefähr dieses Ausmaß, wie viel war der beispielsweise? Und dieser hier ist eh mehr zur Seite. Also, insofern, das kann man jetzt schlechter miteinander vergleichen. Also, wir sehen, selbst diese Rücksetzer hier, das würde noch durchaus für mehr Chancen eben ergeben, als das, was wir bisher gesehen haben. Die grünen Linien, die können wir mal rausnehmen, die sind da jetzt im Moment nicht so relevant. Es geht ja eigentlich nur mal so, um zu gucken, wenn er da durchgeht, dann haben wir dieses Größenverhältnis überschritten oder in dem Fall unterschritten. Und dementsprechend wäre das dann ein ganz guter Hinweis dafür, dass da tatsächlich noch mehr kommt, wir also da auf diesem Weg unterwegs sind. Also, noch nicht wirklich ungemach angesagt, aber eine erste Andeutung, dass sich das jetzt tatsächlich, ja, materialisieren könnte, also, dass das tatsächlich jetzt passiert. Also, aufgepasst. Aber so richtig Panikmodus ist noch nicht. Dann haben wir nicht so eine Bewegung. Panik, das kennen wir alle. Das geht schnell und unverzüglich in eine Richtung. Das haben wir hier zumindest auf dem Ersteindruck nicht. Deshalb noch nicht die ganz große Sorge. Das machen die Amerikaner dazu. Der Dow Jones ist nach wie vor offensichtlich in einem bärischen Modus. Das scheint sich also nach dieser Fassung noch mal fortzusetzen. Allerdings auch nicht wirklich dramamäßig. Das ist alles eben noch ziemlich easy, alles irgendwie korrekturmäßig. Auch hier haben wir ja, wenn wir uns das mal angucken mit dieser Korrektur und hier die Gegenbewegung, wieder eine Überschneidung, wo ich sage, ja, abwärts geht's. Aber es ist noch nicht der Riesenburner, was die Abwärtsseite angeht. Und wir hatten einen ersten zarten Versuch hier nach oben. Ihr seht das. Diese Bewegung hier, dann hat man Pause, noch mal eine Fortsetzung. Theoretisch hätte ich hier gerne gesehen, irgendwie noch mal eine Pause, eine kleinere oder eine größere und dann eben noch mal nach oben. Ja, und das ist das, was ich immer meine. Ich brauche doch immer so eine A, B, C. Und ich weiß nie im Vorhinein, ob ich die kriege oder nicht. Das Schicke ist, wenn ich hier nach einer Longposition, wieso sucht er denn da eine Longposition? Ja, weil die doch relativ scharf nach oben war. Also wenn ich schon nach einer Longposition suche, dann brauche ich irgendwas Wackeliges hier nach unten oder A, B, C-mäßiges nach unten. Und dann seht ihr, das ist nicht verwechselbar gewesen. Diese Bewegung, selbst wenn ihr so weit zurückgeht, also das, was wir hier hatten, gleiches Ausmaß. Es liegt also jetzt nicht an der Größe. Klar, wenn die jetzt einen Kilometer fällt, fällt mir das auch auf, dass das nicht das Gleiche ist. Aber ihr seht, diese Zeichnung und diese Zeichnung, gleicher Ausmaß. Diese Zeichnung und diese Zeichnung, gleiches Ausmaß. Also es geht nicht drum, weil die größer ist. Aber die sieht nun ganz anders aus als diese hier. Das ist nicht verwechselbar. Und dementsprechend war meine Idee, geil, da gehe ich gleich nochmal long, wenn er da drüber geht beispielsweise, völlig abwegig in dem Fall. Weil eben dieses Korrektivmuster nicht kam. Es wäre anders gewesen, wenn er korrigiert hätte. Hat er aber nicht. Also gab es auch keinen Grund, da jetzt massiv einzusteigen. Sollen wir denn jetzt einsteigen? Wir sind doch hier an der Unterkante des Trennkanals. Für mich ist das zu wenig Argument. Ich finde das zwar nett, das ist gut und das ist auch eine echte Chance, dass der Kurs hier dreht. Aber mir reicht das nicht aus, denn wie sicher ist das, dass es an dieser Stelle am Ende krauchelt er hier noch entlang, bis wir noch dieses Tief hier sehen. Vielleicht haben wir auch noch einen Zwischenhoch. Oh, guck mal, da haben wir doch Zwischenhochs. Also irgendwo in der Nähe hier würde ich schon sagen, dass der Kurs eine Chance hat zu drehen. Aber ich würde es gerne sehen, dass der Kurs es auch anfängt, dass er ernstes, ernst meint. Und wie meint er das ernst? Wenn er einen Schub nach oben macht, cool, aber auch wackelig nach oben. Nicht, dass es wieder so ist. Schub nach oben, ja, aber das Wackelige hat er vergessen. Also achtet da drauf. Ich wiederhole mich. Ich weiß das, aber man lernt durch Wiederholen. Und entscheidend ist eben nicht nur die eine Seite. Ich brauche nicht nur das. Ich brauche auch das, um zu erkennen, ja, okay, abwärts, ja, aber eben schwach. Also nochmal in die andere Richtung. Das hat er hier noch nicht gemacht. Wenn er das hier jetzt macht und die Chancen dafür steigen, weil wir Unterstützung hier haben, weil wir Unterstützung aus dem Trendkanal haben, nichts davon ist ein Beweis, nichts davon ist, der kann ja gar nicht anders. Bitte lasst euch das nicht einreden, auch nicht von Rednern wie mir. Dass ich sage, guck mal, da ist eine Linie, da dreht er jetzt. Das ist nicht gemeint, da ist eine Linie, da muss er drehen. Ja, Quatsch. Aber es ist ein Angebot. Lasst euch das zeigen, ob das Angebot angenommen wird. Und das sieht man durch Begeisterung und durch Schwäche in die andere Richtung. Und dann habt ihr noch den Trigger und dann seid ihr wieder im Geschäft. Das geht übrigens in beide Richtungen. Das ist also jetzt nicht nur für eine Richtung. Manchmal sieht man es nicht. Manchmal ist es zu klein, weil man sagt, ja, aber das war hier kaum auffällig. Ich weiß nicht, ob das hier auffällig war. Aber ich gucke ja auch nicht rund um die Uhr auf die Märkte. Aber wenn man dann hier irgendwie was sieht mit Schub in die eine, wackelig in die andere Richtung, dann kann man zumindest mal überlegen, ob denn die Trendfortsetzung nochmal ist. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist dann zumindest mal einigermaßen hoch. Ihr kennt das Spiel. Es ist ja nicht wirklich neu. Ich habe es auch nicht neu erfunden, sondern das ist einfach eine Standardregel. Ähnlich ist es beim S&P. Da muss man sagen, okay, wie ist das Ganze zu interpretieren? Das ist jetzt eine Stufe. Machen wir mal ruhig für Fortgeschrittene hier ein bisschen. Was haben wir denn hier von diesem Punkt? Und genauso wie gesagt, eins, zwei, drei, vier, fünf, haue ich mal den Nagel in die Wand. Es gibt hier noch ein bisschen Variante, weil das ein bisschen, es ist alles nicht ganz sauber auf den kleinen Zeitebenen. Aber im Wesentlichen kann man mal sagen, das wäre doch denkbar. So, und jetzt haben wir doch eine A, B, C runter. Die hätte theoretisch schon ausgereicht von der Größe. Sie war ein bisschen zu früh von dem Steigungswinkel. Das hatten wir ja gemessen. Aber es ist schon in Ordnung, dass sich danach die Fortsetzung eben ergibt. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass eventuell die Korrektur zu Ende ist und der Kurs als nächstes das macht. Das ist ein Standardprozedere. Oder, dass diese Korrektur noch nicht zu Ende ist. Dann brauchen wir dreiwellig runter. Ich mache das nochmal. Dreiwellig runter. Dann brauchen wir dreiwellig hoch. Und anschließend kriegen wir entweder dreiwellig oder fünfwellig nochmal nach unten. Das kann man dann nochmal sehen. Das Ganze ist eine Flat-Korrektur. Ich weiß, einige von euch langweilig. Aber Flat-Korrektur ist nichts anderes als das, was wir hier hatten. A, B, C runter, A, B, C hoch und nochmal einmal steil runter. Und anschließend kann es ja weitergehen. Wie weitergehen? Naja, es war ja vorher auch ein Aufwärtstrend. Nach dieser Flat-Korrektur hier, dieses Teilstück hier, also dieses vordere hier, geht es ja weiter. Trend ging nach oben. Das ist dieses Teilstück. Dann kommt diese mögliche Flat-Korrektur. Anschließend kann es ja weiter nach oben gehen. Dafür brauchen wir an dieser Stelle nicht korrektiv, sondern wir brauchen impulsiv und impulsiv sieht so aus, sieht so aus und dann die Fortsetzung und so weiter. Es ist immer das Gleiche letztlich, was ich euch erzähle hier. Also ihr seht, ich hätte auch gedacht, wir haben eine gewisse Chance, dass es direkt weiter hoch geht, aber so ein Lackmus-Test dafür ist immer so den Winkel auch nochmal mit anzugucken. Das ist für viele, ach Gott, was soll ich denn noch alles beachten? Ist das eine fertige Korrektur? Ist die sicher zu Ende? Zwei Größen, die man dafür betrachten kann. Das Punkt 1 ist die Größe der Bewegung, also die Tiefe sozusagen. Wie weit ist er wieder runtergegangen? Und das ist A, B, C hier runtergegangen bis zur 50er Marke. Das ist genau tief genug. Und je weiter es rechts von dieser Linie ist, ich male immer diese Box, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Korrektur rum ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist quasi auf der Linie. Also da muss man auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Ein bisschen links ist ja auch in Ordnung. Es hätte also durchaus sein können, dass der Kurs nach oben geht. Von der Wahrscheinlichkeit ist das ausreichend gut für eine abgeschlossene Korrektur, gemessen an diesem Anstieg. Ja, aber er ist doch noch nicht so weit. Ja, das kann passieren. Es ist ja nicht unmöglich, dass er auch hier hinfällt und anschließend erst weitergeht. Also das ist kein Beweis, dass das jetzt nur noch nach oben gehen kann. Und das ist der Grund, woran viele auch scheitern, weil man dann glaubt, es muss doch aber so sein, es ist das Wahrscheinlichste. Es ist aber nicht immer das Wahrscheinlichste, was passiert, sondern es ist alles, was möglich ist, kann passieren. Wir müssen aber auf das Wahrscheinlichere setzen und im schlimmsten Fall fliegen wir halt raus und machen es dann später nochmal. Denn das Potenzial dieser Bewegung ist ja nicht deshalb schlechter geworden. Es ist nur nochmal mit einem neuen Versuch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bitte glaubt niemals, egal wie erfahren ihr seid, egal welches Chartsoftware, egal welches Tool, egal welchen Kurs ihr besucht habt, egal ob ihr magischen Tee trinkt, sonst irgendwas. Ihr werdet nicht in der Lage sein, in jeder Situation immer richtig zu liegen. Das ist nicht die Aufgabe als Händler. Die Aufgabe als Händler ist, die Situationen rauszusuchen, die typisch sind, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, um dann zu sagen, da mache ich mit. Mein Risiko ist einigermaßen limitiert. Meine Gewinnerwartung ist beispielsweise deutlich weiter und dementsprechend ist der Erwartungswert für meinen Trade positiv. Also mache ich den und wenn ich zehnmal trade, habe ich zehnmal einen positiven Erwartungswert. Das heißt, die Abweichung nach oben, die Abweichung nach unten, aber im Durchschnitt den Erwartungswert liege ich also wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Das ist ganz wichtig, dass wir das lernen als Händler. Das ist eine der ersten Aufgaben. Das ist das, wo viele scheitern, weil sie eben sagen, ne, ich lerne noch ein bisschen Technik besser und dann habe ich nicht nur eine 60, sondern eine 61-prozentige Trefferquote. Geil, super, spricht nichts dagegen, aber trotzdem darf man sich nicht verhalten, als ob man eine 100-prozentige hat, weil auch dann immer noch eine Versagensquote möglich ist. So, über Nasda gibt es nicht viel zu sagen. Der ist immer noch auf dem Weg nach oben. Er zeigt noch keine Schwäche, also keine Stärke nach unten und dementsprechend gibt es hier noch nichts zu tun. Soll man noch aufspringen? Ich finde es nicht attraktiv, um aufzuspringen, wenn der Kurs sich so in Trendrichtung verhält. Hier ist eine Situation okay. Da ist eine Situation okay. Das ist eine ganz klare, scharfe und eine schwache Bewegung. Darüber kann man reden. Fortsetzungstraight, ja, nein, aber zumindest mal die Aufwärtsrichtung. Was wir hier jetzt haben, ist nach oben schwach. Das ist nicht sexy. Das muss ich sagen, finde ich jetzt nicht attraktiv. Das heißt, Nasda hat vom Wochenende bei mir Pause. Da muss ich nicht mehr groß was machen. Die anderen beiden, wie wir gerade besprochen haben, haben da noch die eine oder andere Chance. So, in diesem Sinne, ich denke mal, ich lasse euch jetzt an dieser Stelle mal mit allein. Für all diejenigen, die jetzt das Ganze auf Finanzmarktwelt verfolgt haben, denen wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Lest nochmal ein bisschen. Hier sind gute Artikel. Lest die nochmal ein bisschen für diejenigen, die in Born for Trading jetzt mit dabei sind und dieses Video sehen. Ihr kriegt sicherlich nachher noch die ein oder andere Trading-Idee vorgeschlagen, vorgestellt. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute und liebe Grüße. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt.